ja das ist wegen dieser falle die ich dahin gesetzt habe die fängt nur die eingeborenen wir müssen sie dann immer noch von hand töten ja das versuche ich jetzt langsam zu kriegen aber dafür brauche ich ja diese eingeborenen du willst jetzt wirklich hier so eine komische trophäen hinstellen ja du willst das ist das geisterniveau hier versauen oder so willst uns quasi als brutal stehen lassen genau so ich habe ich habe den wagen hier unten also ich komme trotzdem nirgendwo lang das ist dann mit dem schlitten das ist eine katastrophe wir haben uns auch den letzten platz ausgesucht den letzten platz wirklich aber wirklich und dreieckspringen ist halt wie du schon sagst das ist wer sich das ausgedacht hat wir haben nichts kein wasser mehr ich habe noch habe ich eine kohle feuerzeug habe ich eine schüssel ach das muss doch jede wand einzeln bauen oder was ja auch hör doch auf aber dann können wir hier oben auf das dach schon mal nennen noch eine nächste schildkröten suppenschlüssel hinstellen oder mark ihm ja da ist schon wieder ein galopp rein ich habe gerade angefangen was anderes scheiß da wo direkt zu beginn erst mal die richtig harten gegner annehmen pass auf wenn gleich musiklaus kommt ja sei froh dass nicht thrombose jonas dabei ist nach schild die bin abzufe jetzt gibt man rein und raus wo ist er denn jetzt wird schon wieder dunkel oder wieder da links das ist stürmisch leute vorsicht da ist aber auch ein eingeborener gewesen oder so ein kollum stürmisch das heißt bestimmt irgendwas ich würde du hast hunger finde was zu essen auch das gibt es doch gar nicht es hängt noch was draußen also wir hätten noch was ja dolle vieles ist nicht mehr wir müssen ja wir hängen noch genau in der ratte nicht nur ich erzähl doch nichts nebendran ist auch noch fleisch was ist mit dem durch die reine ich habe erstmal einen schokoriegel gegessen ja aber das sättigt nur für den moment ich habe noch vogelfleisch in der tasche ich habe hier hasenfeld was mache ich denn damit jetzt haben wir keine aus kraft und auch im haus ich habe euch drei kleine fleischstücke aufs lagerfeld steinbeutel habe ich schon mal ich will wo ist ein lagerfall ach so in der hütte zwei seiten in der hütte da in der hütte ach so okay okay ja stimmt da kann man gleich vom feuer essen aber aufpassen das ist das andere tücher so ich habe einen stockbeutel gebaut stockbeutel ja so ich habe einmal geessen wenn du noch was brauchst ist noch was drin ok guck gleich mal sprengstoff ah sprengstoff da brauche ich jetzt alles das was hier hängt könnte man essen wo ich jetzt stehe es ist getrocknet ich würde sagen wir gehen schlafen ja komm wir gucken mal was geht dauert dauert noch ein bisschen ja dauert noch einen moment ja ja dauert noch einen moment da ist aber hier fleisch wenn du essen willst ne ich bin auch satt ich habe im moment habe ich keinen appetit toller livestream schreibt schon da danke sehr zu warten nervt bisschen play my games auf was warten auf den tag nehmen wir an ne also ich glaube hier ist was anderes gemeint aber ich weiß nicht was boah dieser kopf jetzt können wir mach ihm hast du den molotov cocktail nein ich habe keinen allgeholt mehr guck mal in den schrank der am haus steht wir können schlafen einer fehlt noch einer fehlt noch ja ich komme das ist der mexikaner da wieder ich bin doch die mexikaner wieso kommt mir jetzt da warte mal alkohol ist doch hier im schrank warte mal guck mal hier alkohol habe ich gerade rausgenommen das ist noch ein bisschen medizin ach eigentlich können wir ja alles hier rausnehmen weil das keinen sinn machen jetzt habe ich schon wieder hunger dann guck ich hier mal dass ich was zu essen organisiere wieder alkohol habe ich jetzt schon wieder hunger das ist normal wenn du geschlafen hast und ein tuch dann essen wir mal eine rappe ah ne salamander so ich habe jetzt mal einen molotov cocktail ich mache jetzt unser leuchtfeuer an freunde und dann wie warst du dann ja und dann dann werden wir mal sehen wie lange das so brennt und so ach so das meinste ich mache das hier also ich hoffe das funktioniert pass auf ich hoffe das geht hoch also los toll hat ja ja ich Idiot ach hör doch auf du hast es nicht angezündet ne ne das ist wieder typisch das war wieder ein quitsching move vom aller feinsten warte geh mal zur seite da ich habe noch einen ich habe noch einen hast du gerade angebrannt nö nö ok warte jetzt brennt er gleich jetzt brennt er so jetzt nochmal und jetzt müsste das eigentlich angehen das feuer ich habe gelesen mit dem leuchtfeuer kriegt man es an na das ist ja super leuchtfeuer äh mit dem molotov cocktail hat ja herausragend geklappt würde ich sagen hammer das brennt so hoch so hoch alter die wollen mich doch verarschen hier wir haben kein alkohol mehr ja man ey was kann man noch damit machen beim sperr aufheizendes verbessertes ding vergiftete waffel könnte man jetzt noch irgendwelche bären mit dazu packen oder sowas aufheizendes was habe ich jetzt gemacht was habe ich jetzt gemacht ich habe jetzt die axt und den rucksack da reingepackt ja klicken um eine hotkey auswahl verbesserter sperr flugzeugachs hä versteht das gar nicht was ist denn das alle entfernen nochmal scheiße die axt kann ich verbessern ich glaube ich habe gerade ausfasst in deine falle ausgelöst ochdafu und wieder von vorne ich bin da gerade mit dem ding vorbei gelatscht ochdafu ja was denn ochdafu ich bin noob nicht da immer diese faulen ausreden hier hm das geht also auch nicht leere großen ja ich habe auch snacks habe ich auch für den verein stecken also mein charakter ist wie im echten leben immer hunger darf man was hättest für eine idee wollen wir da drüben Fleisch holen gehen komm wir gehen krokodile jagen komm ach der mag ihn holt schon ich habe schon äh fleisch mag ihn holt schon ok ist was fertig weil ich habe nur noch ein was wird es denn sein ein viertel guck mal auf ob wir noch was getrocknetes haben frage von peknox wann habt ihr vor in die höhle zu gehen äh gar nicht wollen wir nicht jetzt gleich die katana eigentlich holen ne in der höhle katana da gibt ähm das ist ein höhlensystem ne ja da gibt es einen eingang da mehrere eingänge gtafu ja ich weiß ne es gibt da einen da ist man nicht weit weg von der katana da kommt man eigentlich auch ganz gut hin ohne gegner zu treffen ich meine haben wir angst vor gegnern wir sind doch stark aber frag mich nicht wie der wo der eingang ist ich kämpfe mit einer axt ähm ich höre doch was in panik wo kann ich eine signalflagge setzen keine ahnung äh was machst du mit der signalflagge ähm markierung setzen ok ok keine ahnung und davon fiel ja und da oder nicht ich hab doch irgendwas gehört grad wo sind die kann ich meinen verbesserten sperr auch einen fisch fangen so jawoll kann ich ja ja kannst du wir sind nicht alleine du bist nicht alleine wenn du träumst heute ein krudel alles klar ich stehe hier und singe da so meine Lieder kommt ein krudel fritz dich auf bei mir jemand so irgendwie ein Einwohner rum zu so vom krudel krieg ich glaube ich dreimal fleisch ne gibt es auch einen fischbeutel ähm ne ich glaube nicht das heißt wenn irgendwas fertig ist ja ich hätte gleich mal ach wo da ist doch noch was der hat mich da nix essen lassen vorhin also ich komm ich kimm also ich erscheine komm reihe komm reihe sag mal markiem ja du hast letztens den frosch gejagt ne äh ich hab's versucht man hört denn doch quaken wo ist das hier entweder der hier oder hier hinten das ist also das fleisch ist definitiv fertig was hier hängt ach hier schreit irgendwas rum schon wieder ja ich sag ja das und wir sind nicht allein was muss ich da drücken x oder wie ach die kotzen x gedrückt halten ach so über sich die grüne flagge jetzt ja ja die habe ich jetzt gesetzt funktioniert ja danke da ist ein höhereingang das war mein fehler schon ganz kurz gedrückt ja da steckst du es aber ein ja ja da ist so ein äh fünfärmiges fünfärmiges da oben und freunde ihr müsst auch mal ein paar bären essen habe ich mir erklären lassen bären also nicht nur fleisch das macht euren körper auch irgendwie auf dauer kaputt ich bin fleischesser ja ja das ist aber nicht so gut im spiel hier hat man mir erzählt hat man in die kommentare geschrieben du da oben ist wieder so ein mutantenarch ich versuche dann mal Stöcke zu sammeln da ich ja einen stockbeutel habe als einziger was ist das hier verdammt und ich habe nicht mehr viel pfeile oh Adias du mich erschreckt jung man das macht er mit absicht oh guck mal Eichhörnchen böse Musik böse Musik Hilfe live Gamer hallo scheiße anders gehen da ab ja danke nochmal für den Besuch ich bin im Wasser gerade was ist denn das für ein Fetti habt ihr Galoppel Heinz oder habt ihr Trombose Jonas Trombose Jonas Trombose Jonas ich bin gerade im Wasser da kommst du ja nicht rein ne da bleibt im Wasser ja ja bei Trombose Jonas da müssen wir zu vier dran da musst du aufpassen der macht im Spezial einen Tritt da bist du da fällst du fliegst du rum haha aber die läuft im Wasser Achtung ich wollte doch nur ein Seil suchen gehen Seil Hilfe Hilfe ich hätte noch ein Seil habe ich noch übrig Achtung Scheiße du musst das Leuchtfeuer ganz normal anzünden steht hier das geht aber nicht wir werden alle angegriffen vom ganzen Stamm ok warte wir kommen gibt es einen Weg wie man die Leuchtfackeln irgendwie anmachen kann Leuchtfackeln ah ok ich habe es gefunden du bist ja ich meine hier läuft es noch das Problem ist ich habe kein Material mehr für Pfeile ich kann nur zugucken das ist das Problem oder so aber ich habe noch vier Pfeile von dir Markim ach du scheiße was brauchst du denn für Pfeile für Material ich brauche für Pfeile brauche ich Federn und Stöcke Stöcke habe ich gerade ich habe noch einen Stockzack und da habe ich ganz viele warte 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 also die kommen auch ins Wasser ne ich war aber nicht weit nicht weit die schwimmen nicht so gut wie du ich war gerade bei den Koffern da bei uns da oben da habe ich auch noch ein paar Pfeile rausgekriegt alter das ist super kriegst du Schelle alter kriegst du Schelle ich muss nur kurz runter gibst du eine Komaschelle komm her alter Komaschelle du kriegst Komaschelle du kriegst Komaschelle so komm du blutest hallo du Sack Alter Fichi kaum gehen wir aus der Haus ist hier Party angesagt ja das ist unfassbar ey der rennt mit meinem Pfeil in Bobbe ist weg scheiße ja ging du musst dich glaube ich auch schnell wieder einsammeln immer war die Pfeile sonst sind die weg scheiße ich weiß jetzt nicht wie ich dir die Pfeile geben soll Misty kannst du und der Quitschi sammelt Stöcke jetzt bin ich fertig mit Stöcke sammeln so ich habe Fleisch ich habe Fisch das bringe ich zum Abkommen mit das war so klar ey ich komme nach Hause und alles fertig alles war schon fertig der ist tot Essen ich muss was essen da habt ihr vollkommen recht Leute ich gehe mir schnell was zu essen holen wo ist Jonas Trompose Jonas ja keine Ahnung 5 Fehlern und 1 Stock 5 Fehlern und 1 Stock oh 5 Fehlern da kannst du auch viele Vögel sammeln ey Jungen hör auf so warte jetzt muss ich mal ganz kurz da steht jetzt hier oder ich lese mal weiter sag mal bei Terraria kann ich nicht die Goblin-Armys spawnen auch da ist kein Plan wie das geht da hinten ist Trompose Joe ähm mein Sohn schläft mein Sohn schläft gerade Martin ja ich schmeiße bitte den Pfeilkorb mal ein paar Pfeile rein das ist Scuba Hallo Guns of Boom herzlich willkommen Bruder so herzlich willkommen so haben wir noch ja haben wir da oben da oben achso schön erstmal danke danke für die gegönnte Mutantenrüstung äh kann ich mir einfach zu kommen lassen Futter 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 ist ja schon wieder was fertig ich habe hier gerade was hingehangen auf jeden Fall äh hängen wir das warte ich müsste noch Fische hinhängen genau ich habe noch ich habe noch ich habe auch 3 Fische noch mal zugepackt gerade kann man es aber wenn man es essen kann schon wieder die andere Sache doch ne also wenn das nicht wenn das bei Gehalt ähm beim Halten nicht geht dann achso ok dann dauert es noch so ich habe noch mal Echsenhaut was ist denn lege ich die jetzt einfach so an ah ja ich habe Echsenhaut angelegt jetzt habe ich erstmal fast volle Rüstung äh ich auch wie ich einfach mal nice aussehe wie der Crew hier sehe ich aus habt ihr noch irgendwo so einen Thrombozo das hatte ich gemacht liegt da noch irgendwo was rum für mich bin ich gerade dabei achso achso Achtung kommt da kommt hängt hängt am Feuer ne hängt nicht am Feuer aber brennt alles klar kommt noch ein anderer Achtung da kommt ein Spacko die sind so schnell diese Spacken ey pass auf hier ja pass auf gut so der Spacko ist weg von hinten von hinten habe ich tja ich habe den Zaun gebaut kleiner oh da habe ich das mal umgehauen wow ja lol und pass auf und pass auf der wacht gleich unseren Zaun kaputt pass mal auf der rennt gleich voll durch den Zaun pass mal auf ja genau Bodyslam ja Habt ihr gut gemacht. Habt ihr gut gemacht, Leute. Also das ist wirklich das Einfachste zu machen. Mit Feuerpfeilen zwei, dreimal drauf geschossen und einfach gewartet. Ja, das ist ja gut. Und pass mal auf, Markim, ich hau dir jetzt mal, pass auf, diese Figur, die hier rumliegt, die hauen wir aufs Feuer. Ja, hab ich gerade vor, da gibt's Knochen. Genau. Dann würden wir den Zaun noch fertig bauen, nach vorne, den Zaun. Ach so, deswegen. Ja. Die machen das Feuer an. Sag doch was. Rechts ein, Blätter brauchen wir keine, Arme kann man draufschmeißen. Aber ich hab gesehen, wenn du die zerkleinerst, dann kommen da mehr Knochen raus. Ach so. Acht Knochen brauchen wir noch. Deswegen hab ich hier zerkleinert, die kleine Tante. Also, ähnert Nico, ich hab da keine Ahnung, wie das funktioniert. Wirklich nicht. Die Namen der Monster, nur die Bosse. Das Vieh mit den sechs Beinen, Mütter des Todes. Schick aus. Die Dinger mit den tausend Armen, Todesbringer. Und die fetten Dinger heißen Todesfürst. Gibt's da irgendwo was zu trinken bei uns? Ja. Und die ganzen Abos von dir sind alle noch da. Danke auf jeden Fall. Dafür. Das Leuchtfeuer ist beschädigt, deswegen geht das nicht. Ach Leute, das Leuchtfeuer ist beschädigt. Guck mal, ich hab den Falle jetzt. Bereit gemacht. Warte, lass uns mal angucken, warum das kaputt ist. Wasser was auf, also, er trinkt, äh, auch was zum trinken halt so. Was ist an dem Leuchtfeuer nicht in Ordnung? Es ist vor allem, es ist wegen, es ist dasippe, es ist ein P 부탁er, Observat worlden, es ist ein bisschen feast, es ist Sebside,